Musik Wir haben 63 Konzerte gespielt in den letzten zehn Jahren mit ganz unterschiedlichen Gästen und ganz unterschiedlichen Bands auch, weil in den zehn Jahren hat sich sehr viel getan und ich freue mich, dass es die Band immer noch gibt und wir heute so hervorragende Gäste haben. Also als ich das erste Mal eingeladen war, wusste ich noch gar nicht so genau, was das für eine Band ist. Also ich hatte schon davon gehört und war dann einfach total begeistert von der Qualität der Band. Hat damals schon riesen Spaß gemacht. Also mittlerweile schon zweimal angenehme Erinnerungen von schönen Konzerten. Also es war immer eine sehr schöne Stimmung, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne, muss ich sagen. Von daher kommt man da gerne wieder. Am Anfang war es mehr oder weniger so eine Band von Studenten, die an der Musikhochschule gespielt haben, geladen von Frank-Runhoff oder angeladen von Frank-Runhoff und das ist das Ganze dem entwachsen natürlich. Es sind immer noch Leute dabei, die damals vor zehn Jahren studiert haben. Ich wünsche, dass die Band Unterstützung bekommt in der Stadt und im Umland und auch, dass ihnen die Musiker nicht ausgehen. Und dann kommt man da gerne wieder. Applaus